Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Tenno Meme Reaction Ja Leute, wir gucken uns heute wieder ein Video an und zwar vom hungrigen Hugo Monteduhuan entbann mich Na gut, ich lass ein Like da, ich hoffe ihr auch in meinem Video, vergesst es nicht Und wir gehen rein, viel Spaß definitiv und wir sehen uns drin Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur abzocken Digga Digga, auf gar keinen Fall, gar kein Bock Warum rip das so laut, sonst fühlt man das nicht true Alter, hat der gerade seine Haare angezündet? Monted, er geht auf Entbannung Monted, was geht, kann endlich schreiben, moin Diese Motivation, moin, Monted, was geht, du, Paul Berger, moin Oh man, geile Trimax soll cringe sein? Selbstverständlich Ja, ich machen muss kurz eins machen Ja, mach mal fixen TikTok Ich hab grad den echten Trimax gefunden Einfach zu heftig Und wenn ich die Runde gewinne, kriege ich 100 Euro Und ich kriege grad 1000 Anfragen Lul Sehr geil, Alter Oh, YouTuber an Flaggen Alter Hau rein Deutsch Brasilien Japan Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, Portugal Flagge, oder? Leute, Alter, soll ich auch mal so Digga, soll ich auch mal so ein Flaggenrad machen im Stream? Och, bitte nicht, ey Oh, ich seh's schon kommen, Mann Das wird auch wieder nicht cool Leute, wenn ich das machen soll, schreibt's gerne in die Kommentare Hashtag Flagge Oh ja Ich bin ein Mann Jungs, guckt, ich bin ein Mann Papa, Platte wieder, Alter Kompletter Lusti Okay Ich muss Ihnen auf jeden Fall Monti über Tommy Ich muss Ihnen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Nachhilfe geben Wie man im Stream zu reden hat Bepisst dich, du Oh Oh, guck mal rechts Frauen sind wie Hunde Ich war noch nie wählen Oh, Mann, Leute Also, ja Ähm Wisst ihr, ich hab mal so eine Situation mitbekommen, Digga Da hat Monti einfach so richtig was Schönes über Tommy gesagt, Digga Der sitzt da einfach und guckt so Oh, Monti Der, der sagt ihm so Ja, voll cool, dass du da bist und so Siehst du das nicht auch so? Ja Bubi zu wild Oh, Knossi Oh, ist das süß Gutes Timing Oh nein, die Raketen Und die Polizei am Stissel Hey, ganz nett, wenn ihr meinen Feuerwerksimulator noch nicht gesehen habt, Leute Denome Feuerwerksimulator Ich schwör's euch, das ist das geilste Game aller Zeiten Junge, dagegen ist die Rakete hier in Furz Ich muss heute schon früh aufheuer Jetzt haben wir was für Studium machen Jurät jetzt mal auf mit Hausarbeiten Und keine Ahnung Für euer Studium irgendwas machen Safe Und sich euch mit der Familie zu treffen Jetzt wird einfach mal richtig gezockt Was soll das denn? Sei bloß vorsichtig Sei bloß vorsichtig Sei bloß vorsichtig Gastronomiebetriebe werden geschlossen Aha Wenn mein Chef mir dumm kommt. Oh, du Kleines. Ein Reh. Oh nein. Oh oh. Ey. Oh, gebt den E-Sports-Vertrag. Alter, das war krass. Muss ich echt sagen. Und der ist Erster geworden, ne? So, mein Name, wer denn gefallen ist? Janis. Was? Na, besser ist das, Digga. So. Janis. Janis, ja. Besser ist das, Digga. Wir landen an der Rennstrecke. Den kenne ich irgendwo, ja. Bruder. Ich glaube, der hat mal irgendwas über Schule oder so erzählt, Leute. Irgendwas war da. Irgendwas war da bei dem. Werde ich nicht. Sowas von Backbarn, Bruder. So ein respektloser kleiner Hosen-Scheißer, Digga. EA-Sports ist in der Gang. Suck. EA-Sports. It's in der Gang. Better EA-Sports. It's in der Gang. Legende, Digga. Legende. Gangster. Auch anders, nice. Halt's Maul. Ja, also geht da gerne vorbei. Schaut da gerne vorbei bei meinem Partner. Ihr könnt, ihr findet es auch unten in der Videobeschreibung. Ehre, genau, Mann. Aber was heißt es euch gerade für ein Riesenstern, Sascha, Digga? Wer würde da nicht so ruhig bleiben? Oh, kommt drauf an. Kannst du mal kurz die aufmachen? Paul? Danke. Digga, hattet ihr da eigentlich gerade seine Hand eingeklemmt? Wir gucken genau hin, Leute. Wir gucken mal genau hin, Leute. Da. Jetzt hast du meine Hand eingeklemmt. Kannst du mal kurz die aufmachen? Jetzt hast du meine Hand eingeklemmt, Digga. Einfach so. Und der macht da nix? Fahrstunde, shit. Nee, die war wirklich drin. Sweet Home Alabama. Das macht auch du Knossi, Alter. Ey, Leute, wie heftig, Mann. Digga, der leckt einfach seiner Mom an die Stirn. Junge. Knossi, ey. Trimax-Fan in freier Wildbahn. Let's go for it. Ähm. Do you... Ähm, do you like to come to my house? Ähm, sorry. Was, was that sorry? Was? Ähm, Dan. Can you li... Ähm, 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 can you like to come to my house? Lust. Auf diese Person, die mich anzeigen will, habe ich nie niemanden schlecht geredet. Ja, wenigstens beleidigt er niemanden, weil, ähm, ich glaube, dann wäre es sogar ein Banngrund auf Twitter. Schönen Abend noch. Ciao. F**k. Oh. Der gute alte Bann auf Twitch, Leute. Schmeckt. Two Buffalo Chicken Rollers, one for Asian, Andy, one for me. Digga, wer ist er denn? Oh, Mann. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Wenn du mit meiner Aussprache nicht klarkommst, dich da immer drüber lustig machst, dann verpiss dich, Alter. Meine Fresse, wie trau ich mich. Du musst dein Leben sein. Ihr seid alle solche Digga, meine Fresse. Junge, wie er Tassels gefrontet hat, alter, krank. Wie lief der Sporttest? Gut, Bruder. Wie sie gelacht hat. Au, ah, das tat weh. Ja, Leute, nicht schlecht. Monte braucht dringend eine Brille. Ich glaube, er denkt, das ist Kylo. Feinchen. Ein ganz Feinchen, ne? Ich war letztens auch Schweine angucken, Leute. Und die waren echt süß. Ich hatte einen krassen Wespenstich. Habe ihn nicht ausgesaugt, keine Zwiebel benutzt, keine Zitrone drauf gehalten. All das, was man machen soll, nicht gemacht. Ich habe mir dann in den offenen Stich, weil ich dachte, Alkohol hilft, hatte so ein Aftershave da, wo ja auch viel Alkohol drin ist, auf den Stich gemacht. Das ist jetzt fünf Tage her. Und auf einmal habe ich hier eine übelste Infektion. Der macht da Aftershave rauf. Oh, Leute. Also, es gibt die, die lost sind. Irgendwo dann kommt so Papa Platte, Digga, der schon sehr lost ist. Aber ganz lost, Digga. Das ist Trimax, ist da aus dem Bild raus, Digga. Ganz anders. KuchenTV so, und wenn Tim ins Zimmer kommt. Guckt euch das an, wie süchtlich die alle sind. Mann, geht mal raus und hört auf, euer Scheiß Zimmer voll zu stecken, ihr Jungs. Mülleimer. Wow. Ja, ist das eigentlich das Klo gewesen? Ground in Ketchup. Oh mein Gott, es war Ketchup. Wenn sie fragt, wie groß er ist. Ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, also, ich, ich, es halt... 30, 30er Brett, Leute. 30er Brett. Ja, Leute, das war es mit einer weiteren Reaction. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Checkt alles von diesen beiden Videos aus. Vergesst den Abo-Button nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kuss geht raus. Dead or out.